Franz Beckenbauer – von überragender Bedeutung Man sagt den Deutschen nach, dass sie ihre Idole irgendwann aber stürzen sehen wollen. Bei Franz Beckenbauer war das nicht unbedingt so. Warum – Kommentar zum Tod des – Kaisers München – wie viele Menschen ihn wohl gekannt haben, als er spielte? Und danach noch, als er Trainer war? Und anschließend als Meinungsinstanz über dem großen Fußball schwebte? In Deutschland dürfte der Name Franz Beckenbauer allen vertraut und global bis in die hintersten Winkel ein Begriff gewesen sein. Pelé – dann der – Kaiser – mit dieser Rangfolge der Allzeitbesten wuchsen ganze Generationen auf. Schon in der Blüte seiner Jahre und bei voller Vitalität konnte Franz Beckenbauer auf ein Lebenswerk blicken, das die Züge der Unvergänglichkeit trug. Die Eleganz des Sportlers auf dem Rasen, seine Positionierung in der Gesellschaft, der Durchblick als Trainer, die Fähigkeit, die Politik für den Fußball zu gewinnen und seine Art, aufrichtige Freundlichkeit im Umgang mit den Fans mit Verächtlichkeit für Besserwisser zu vermischen. Das alles zusammen sah man bei keinem anderen und führte zur hohen Identifikation der Deutschen mit Franz Beckenbauer. Sie waren stolz auf ihn, sie vertrauten ihm. Einer von uns, bisweilen ein Monaco-Franze-artiger Stenz, ein Luftikus und Zornickel. Und doch ein höheres Wesen. Franz Beckenbauer hat mit seiner Fehlbarkeit unterhalten und seinen Erfolgen fasziniert. Die Deutschen wollen ihre Idole stürzen sehen, bei Beckenbauer war das nicht unbedingt so. Man sagt den Deutschen nach, dass sie ihre Idole irgendwann aber stürzen sehen wollen. Bei Franz Beckenbauer war das nicht unbedingt so. Weil man ihn ja auch nie als perfekt, sondern stets mit seinen Schwächen wahrgenommen hat. Man hat länger und entschlossener am Bild von ihm festgehalten als bei Boris Becker. Wahrscheinlich auch, weil die Umstände Wie Deutschland an die WM 2006 kam, im Wagen blieben und Beckenbauers mögliche eigene Käuflichkeit in der Exekutive der FIFA nicht gerichtsfest wurde. Und es gab immer eine treue Riege für sprechender Weggefährten aus seiner großen Zeit. Trotzdem dürfen beim Blick auf sein Leben die späten Jahre nicht ignoriert werden. Zur Aufklärung dubioser Geldflüsse rund um die WM 2006 trug Beckenbauer nicht bei. Zu seinem Anteil, dass zwei WM-Turniere, 2018, 2022 In Staaten landeten, in denen sie besser nicht stattgefunden hätten, schwieg er sich aus. Es gibt Wahrheiten, die zu erfahren die Öffentlichkeit ein Recht gehabt hätte, er nimmt sie nun mit ins Grab. Er scheint nicht verstanden zu haben, dass die Maßstäbe dafür, was noch als Schlawinerei durchgeht, sich verändert haben. Franz Beckenbauer geht nicht überführt, aber auch nicht entlastet. Franz Beckenbauer, mehr Würdigung als Abrechnung So muss ein jeder, der über den Verstorbenen nachsinnt, entscheiden, welchen Franz Beckenbauer er in Erinnerung behält. Absehbar ist, die kommenden Tage werden eine gewaltige Welle an Rückblicken erleben. Tipp! Sie werden mehr würdig enden als abrechnenden Charakter haben. Doch selbst die berechtigte Kritik, so sie vernehmbar wird, beweist wie die Eloge. Franz Beckenbauer war von überragender Bedeutung.